So, jetzt wieder ein Video, wie man es selber macht, und zwar es geht um das Gaspedal von Mercedes 211. Hier sieht man auch die Teilenummer, also 211, 300, 0404. Und zwar dieser Sensor, es geht alles über die Elektronik, es gibt also kein mechanisches Kabel hier. Und das geht mal kaputt und deshalb beschleunigt man nicht genug, also der Wagen wird langsam. Und um das auszubauen, muss man hier, das ist ein Knopf aus Kunststoff, nimmt man raus und hier ist eine Schraube, die muss man dann aufmachen und dann geht es raus und hier der Stecker raus. Und dann ersetzt man das und dann hat man das Problem erledigt.